Der Willi. Willi ist jetzt auch ein Zuhause. Ja, schön Willi, jetzt liegst du eigentlich für ein Foto und wir wollten dich filmen. Das ist ein Schmuseberger. Da ist die Mietekatze im Hinschock. Ja, was? Wer brummt denn da? Wo ist der Willi? Jetzt willst du dir die Katze anschauen. Oh, jetzt kommt der Spätzl. Ja, jetzt kommt der Spätzl. Genau, jetzt packt sich der Willi ein Spiegelkau da mal drauf. Genau. Jetzt kommt der Bruder. Ja, genau, jetzt ist er ein bisschen spielen. Willi, ha? Willi sucht ein Zuhause. Genau.